Hi, bevor wir uns das erste Mischpult ansehen, werden wir in dieser kurzen Session festhalten, wofür man ein Mischpult eigentlich im Allgemeinen brauchen kann. Hierfür überfliegen wir ganz kurz, was wir nachher noch im Detail lernen werden, um einen Überblick zu bekommen. Wie ist ein Mischpult aufgebaut? Wie wir bereits in der Einführung gelernt haben, dienen Mischpulte in erster Linie dazu, verschiedene Audiosignale zusammen zu mischen. Wir haben für jedes Signal einen eigenen Kanalzug im Mischpult. Dieses Mischpult hat zum Beispiel 8 Kanäle. Pro Kanal kann ein Signal, zum Beispiel ein Instrument, verarbeitet werden. Normalerweise steht pro Kanal wahlweise ein Mikrofoneingang und ein Line-Eingang zur Verfügung. Zum Beispiel könnten wir im Kanal 1 die Bassdrum haben, im Kanal 2 die Snaredrum von oben abmikrofoniert, im Kanal 3 die Snare von unten abmikrofoniert und so weiter. Ein Musikstück könnte sich zum Beispiel aus 20 Spuren zusammensetzen, die in einem Mischpult in einem bestimmten Lautstärkenverhältnis zusammengemischt werden. Zum Einstellen der Lautstärke hat man in jedem Kanalzug einen sogenannten Fader. Die Mischung aus allen einzelnen Signalen wird als Stereosumme bezeichnet. Die Stereosumme liegt an den Main-Outputs des Mischpultes, also an den Hauptausgängen an. Abgesehen von der Lautstärke können die einzelnen Signale auch durch verschiedene Effekte bearbeitet werden. Die meisten Mischpulte verfügen intern pro Kanalzug über Filter und Equalizer, teurere Mischpulte auch über Kompressoren und Expander oder Gates. Zusätzlich können über den Insert-Send-Return in jeden Kanalzug Ersetzungseffekte eingeschliffen werden. Über Aux-Sends können Zumischeffekte beschickt werden, die dann in einem eigenen Kanalzug zurückgeholt werden können. Außerdem gibt es in jedem Kanalzug einen Panorama-Regler. Mit dem Panorama-Regler wird bestimmt, mit welchem Lautstärkenverhältnis das Signal auf die linke und die rechte Seite der Stereosumme verteilt wird. Steht der Regler in der Mitte, geht das Signal mit gleichem Pegel auf beide Seiten. Der linke und der rechte Lautsprecher erzeugen also den gleichen Schalldruckpegel und es wird eine Phantomschallquelle in der Mitte abgebildet. Dreht man den Panorama-Regler ausgehend von der Mitte nach links, so wird das Signal auf dem rechten Lautsprecher immer leiser und die Phantomschallquelle wandert nach links aus, bis sie in der Extremstellung nur mehr auf dem linken Lautsprecher zu hören ist. Dreht man den Panorama-Regler ausgehend von der Mitte nach rechts, so wird der linke Lautsprecher immer leiser und die Phantomschallquelle wandert nach rechts aus. Man kann in einem Mischpult Signale bearbeiten und sie mit einer bestimmten Lautstärke und Panoramaposition zusammenmischen. Man braucht das zum Beispiel live, um eine Saalmischung zu erstellen. Bei einem Konzert stehen viele Musiker auf der Bühne. Die meisten bekommen ein eigenes Mikrofon, das mit dem Mischpult verbunden wird. Wir können nun mit dem Mischpult eventuell durch den Einsatz zusätzlicher Effektgeräte eine Mischung dieser Signale erstellen und diese über die Saalanlage wiedergeben. Im Tonstudio können wir zum Beispiel verschiedene Spuren, die auf einem Multitrack aufgenommen wurden, mit einem Mischpult zusammenmischen. Neben dem Mischen von Signalen erfüllt das Mischpult im Tonstudio noch weitere Funktionen. Man verwendet es für die Aufnahme. Einerseits braucht man hierfür die Mikrofonvorverstärker des Mischpultes. Klar, die Mikrofonsignale müssen verstärkt werden, bevor man sie aufzeichnen kann. Andererseits nutzt man die Möglichkeit von Mischpulten, die einzelnen Signale flexibel auf verschiedene Spuren der Multitrack routen zu können. Üblicherweise kann man in Mischpulten die Signale auf verschiedene Ausgänge schalten. So kann man ein Instrument auf die eine oder andere Spur der Multitrack schicken. Wie das genau funktioniert, werden wir uns noch ansehen. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.